Unser Interview mit den zwei YouTube-Stars Jan und Tim wird immer wieder von einer dritten Person unterbrochen. Gisela, so nennt Jan seine Tourette-Krankheit. Alles gut, ihr seid vom Fernsehen, ihr seid scheißig. Das habe ich doch gerade beantwortet. Doch wir lernen heute nicht nur, wie entspannt die zwei besten Freunde mit Gisela umgehen, sondern wie sie es mit ihr in die Öffentlichkeit geschafft haben. 2,2 Millionen Abonnenten haben Jan und Tim auf ihrem Kanal. Gewitter im Kopf. In einem Videoblog zeigen die beiden 21-jährigen Freunde, die sich seit Schulzeiten kennen, ihren Alltag. So zieht man das nicht an. Ich zieh es dir so an. Das war gar nicht eklig. Hör auf. Ich renne mein Leben, Jan. Ja, du kannst nicht rennen, du bist ein Fettkloss, der im Wasser sitzt. Alles frei heraus. Im Mai 2019 begannen die zwei Jungs mit ihren Videos. Den schnellen Erfolg führen die beiden darauf zurück, dass sie vor allem sehr humorvoll mit Jans Krankheit umgehen. Bevor wir das Ganze an die Öffentlichkeit getragen haben, war es mir bereits sehr wichtig, vor allem für mich persönlich humorvoll damit umzugehen. Natürlich hat da jede betroffene Person, also die das Tourette-Syndrom oder eine andere Tickstörung hat, selbstverständlich ihren eigenen Umgang damit. Meiner ist es humorvoll und extrem offen damit umzugehen. Und das Thema halt so zu behandeln, als ob es nichts Besonderes wäre, ist es für mich mittlerweile auch tatsächlich nicht mehr. Bereits in seiner Kindheit hat Jan motorische Ticks. In den letzten Jahren verschärfte sich das Krankheitsbild. Seit gut drei Jahren lässt der YouTuber auch Beschimpfungen auf seine Mitmenschen los. Zum ersten Mal lernen wir Jan Ende 2018 kennen, noch vor seinem Erfolg im Internet. Wir begleiten ihn damals auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Kurz zuvor musste er wegen seiner Krankheit eine Ausbildung abbrechen. Das war im Gesundheitsbereich. Nuttenarst. Und da kann ich es irgendwo auch verstehen, wenn ich halt, sag ich mal, Ticks habe, die eventuell patientengefährdend sind, dass ich dann diesen Beruf nicht machen kann. Die Suche nach einem Ausbildungsplatz habe sich dank YouTube erledigt, erzählt uns Jan im Interview. Was immer noch bleibt, sind jedoch skurrile bis unangenehme Situationen in seinem Alltag wegen Gisela. Ich habe ja parallel auch epileptische Anfälle. Und nach einem dieser Anfälle wurde ich von dem Krankenwagen abgeholt. Mir ging es aber dann im Krankenwagen wieder besser und ich konnte mit denen sprechen. Und dann kamen sogar wieder erste verbale Ticks raus und dann habe ich gerufen, dass ich drogenabhängig bin. Und dann wollte ich auch erklären, dass es Tourette ist, das haben die mir aber in dem Moment leider nicht geglaubt. Und dann sind die mit mir nicht ins Krankenhaus, sondern in die Psychiatrie gefahren. Dort konnte Jan das Missverständnis aufklären. Solche Erlebnisse konnten ihn aber nie entmutigen, so der 21-Jährige. Unterstützung erhält er seit acht Jahren von seinem Kumpel Tim, mit dem er den Kanal betreibt. In diesem Sommer konnten die Jungs auf eine kleine Corona-Tour gehen. Sollte die Pandemie es zulassen, wollen die beiden ihr Live-Programm im kommenden Jahr einem größeren Publikum präsentieren. Beruflich läuft es also. Bleibt die Frage nach dem Privatleben. Wir sind mit anderen Worten beide Single und finden das auch nicht schlimm. Also ich vermisse da jetzt auch nichts. Aber wenn es zu Dates kommt, verstecke er sich auch nicht. Es wäre ja sowas ähnliches, wenn ich in einem Vorstellungsgespräch versuchen würde zu verheimlichen, dass ich Tourette habe. Ob das dann so gut ist und wenn ich dann meinem Gegenüber Schimpfwörter an den Kopf werfe und dann sage, nein, ich habe kein Tourette, das würde es doch schlimmer machen. Das ist meine ehrliche Weile. Und warum sollte er sich auch verstecken? Gisela gehöre zu ihm so Jan. Erst kürzlich wurden die beiden Jungs für den Publikumspreis Goldene Henne in der Kategorie Online-Star nominiert. Diese einzigartige Erfolgsgeschichte geht weiter.